Und herzlich willkommen zurück, liebe YouTube-Gemeinde, zu einer neuen Runde Paladins in der Open Beta. Ja, hier bei Lyra auf dem Kanal. Und eigentlich hätte ich die Folge jetzt schon aufgenommen, doch irgendwie ist mir gerade eben was Dummes passiert. Ich habe nur schwarzes Bild aufgenommen. Ich weiß nicht, ob es jetzt an mir lag, an OBS oder am Spiel. Ich weiß es nicht, aber Leute, ihr müsst euch diesen Champions gleich geben. Das ist Wahnsinn. Ich habe eben gerade hier das Mädel ausprobiert, die Cassie. Die erinnert so ein ganz kleines bisschen, würde ich behaupten, an die Quinn aus League of Legends. Aber, Alter, wie die halt abgeht, ja. Die haben einen Scheißbogen. Die haut so einen Schaden raus. Absolut geil. So, wir spielen jetzt eine Runde. Sie ist total crazy vom Schaden. Sie hat im Prinzip vom Schüssen her einfach nur einen Superschuss. Ihre Ulti habe ich überhaupt nicht gerafft. Und dann hat sie noch so einen Explosionsschuss und halt noch so normale Schüsse mit ihrem Bogen. Einfach nur, aber der Schaden, ey. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Und ich werde es ja genauso spielen, wie ich sie eben gespielt habe. Ich probiere es zumindest natürlich und hoffe, dass wir das wieder gewinnen, weil eben war das Game richtig geil. Sorry, dass ich es nicht auf Camp habe, aber wir holen das jetzt nach. So, und, äh, ich habe jetzt auch festgestellt, hier rechts haben wir diesen, äh, Pip, oder wie der heißt, ne. Also dieses, der zweite von rechts oben, ich kann leider nicht drauf zeigen mit der Maus gerade. Äh, auf der Gegnerseite der zweite Champion. Der scheint auch richtig stark zu sein, weil der ging eben auch übelst ab. So, ich habe jetzt auch mal auf Deutsch umgestellt. Das kann man nämlich auch. Ähm, und ich habe eben, habe ich, äh, genau, das gekauft gehabt mit mehr Schaden. Also ihr seht es, jetzt sind auch die Texte in Deutsch. Das ist also schon komplett Deutsch lokalisiert. Ich habe es nur nicht gefunden gehabt vorher. Das ist nämlich direkt am Anfang am Clienten zum Einst... Äh, also im Client, wenn man das Spiel starten will, kann man das direkt einstellen. Wusste ich nicht. Und jetzt werden wir auf jeden Fall rocken gehen. So. Ich bin gespannt, was unsere Ulti macht. Ich kann jetzt leider nicht nachgucken irgendwie. Man kann nicht irgendwie die Maus rausnehmen, aber naja, okay. Wir werden das schon hinkriegen. Und gleich geht's los. Ich freue mich schon wieder voll drauf, wenn der jetzt gleich... Weil vor allem, wie auch, so geil, der Bogen, also der Pfeil leuchtet, ne. Das kommt halt einfach nur geil. So. Und ich schieße direkt dahinter, weil ich genau weiß, dass die da kommen. Guck mal eben, was wir da an Schaden rausrücken. Ist das der Hammer oder ist das der Hammer? Alter, das ist halt so geil. Alter, wie hat der so viel Leben jetzt gekriegt? Yeah, und wir haben schon die ersten Kills. Oh, komm, 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 komm. Wir rocken die weg. Jawohl. Und damit ist frei. Hey, und wir gehen mal direkt da rein. Zum Einnehmen, zum Caption. Es läuft halt wieder so gut, ne. Bam. Erstmal runtergeholt hier, den Kollegen. Mordserie. Alter, da steht einer oben drauf. Das geht schon wieder so ab, gell. Es ist halt einfach. Guck mal, ein Schuss und die ist schon halb tot, ey. Es ist halt nur geil, gell. Gut, man muss natürlich treffen. Bats. Alter. Okay, rechts rum scheint einer mal zu sein. Guck mal da rein. Ne. Doch, da ist einer. Lol, wir haben getroffen. Alter. Das ist nicht wahr. Oh, Gott. Da kommt einer. Okay, wir haben den Tank. Bats. Da ist er weg. Einfach mal manchmal einfach so reinrocknen. Double kill. Alter, ist das krass. Wow, 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 wow. Okay, der hat was zum Aufbauen. Bam. Alter, es kracht halt so übelst rein, gell. Es ist so geil. Ich feiere das Game einfach nur noch. Ey, Kollege. Alter, der ist unfair. Der hat einen Maschinengebogen, der eigentlich einen Bogen, ey. Bats. Unaufhaltbar. So, jetzt mache ich nochmal die Ulti an. Wow, der hat einen geschützter. Lol. Okay, da war ich jetzt echt scheiße, aber ich habe auch zwischendrin nachladen müssen. Kann ich jetzt einkaufen gerade? Geht das? Ne, irgendwie nicht. Okay. Aber doch, jetzt kann ich einkaufen. Okay, wir können noch nicht upgraden. Dann nehme ich mal das Refugium, weil das macht irgendwie weniger Damage. Also, man kriegt weniger Damage ab. Aber der Kollege steht da noch ein bisschen dumm in der Base rum. Stört uns aber nicht. Wir gehen angreifen. Wir wollen ja die Punkte einheimsen für unser Team. Was die Avatare da oben jetzt... Ach, das ist wie lange noch jemand tot ist. Okay, ich verstehe. Bouts. Alter, Double Kill mal eben mit einem Fall. Ey, ist das krass. Komm, den machen wir platt. Ah, die Rebic hat zuerst die Kills bekommen. Okay. Wow, die haben Schilde. Ah, cool. Man kann den Sprung, also auch im... Also, diesen Salto, diesen Ausweichsprung, kann man auch im Sprung selber machen. Wenn man... Also, mit der Tastung springt, kann man springen. Ihr wisst, was ich meine. Lol, wir haben einen weggehauen. Wie geil ist das denn? Wow. Jetzt haben wir mal ordentlich Schaden gekriegt. Und wir haben noch einen erwischt. Wow, da hat es uns erwischt. Da hat es uns erwischt, leider. Ja gut, wir hatten kaum noch Leben. Es rockt halt geil. Es rockt halt so richtig, das Game. Ah, wir leben wieder. Komm, go, 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 go. Oh, vielleicht können wir das noch reißen, dass wir noch den zweiten Punkt kriegen. Wir haben die Verlängerung, sozusagen. Okay. Jetzt müssen wir halt irgendwie noch so einen Skill haben, womit man noch schneller reiten kann. Das wäre halt jetzt echt so richtig epic, aber... Gibt es das, glaube ich, als kaufbares Item oder so, ne? Ich weiß es ehrlich nicht. Ah, wir haben es nicht geschafft. Okay. Wir kamen hier nicht durch. So. Ey, wie geil der Bogen halt leuchtet. Es ist geil. Es ist... Mir gefällt das Spiel. Ich weiß nicht, wie ihr es findet, aber mir gefällt das Spiel so richtig. Ich bin echt überzeugt. Einfach nur geil. Ich freue mich schon morgen auf den Jason, wenn wir das zusammen let's playen können. Das wird richtig geil. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die Runde hier gewinnen. 1-1. Das ist mal richtig ausgeglichen jetzt gerade. Scheiß die Wand dann, ey. Müssen wir uns ja richtig anstrengen. Wie steht es denn aktuell? Eine Strähne. Aha. Fünfer Strähne. 4, 3, 2, 1. Strecken wir uns jetzt an. Achtung. Jetzt rauben wir sie alle. Alle hauen wir sie jetzt. Komplett durch die Kante. One-Shotten wir sie. Bautz. Alter. Wie wir halt mit einem... Wow. No way. Hinter uns war eine Wand, da bin ich hängen geblieben. Okay. Aber das ist natürlich auch geil, was die kann, ne? Die kann ja einfach irgendwie so ein Schild aus Eis machen im Prinzip, wo sie dann selber gestunnt ist. Aber scheinbar unzerstörbar wird in dem Moment. Also das ist natürlich... Ja. Auch eine ganz nette Fähigkeit eigentlich. Ziel verloren. Ich verstehe ihre Ulti noch nicht. Wir hauen jetzt erstmal von hier hinten alle weg. Okay, wir haben jetzt... Ah, die haben den Panzer. Das Problem ist, wir können den Panzer jetzt nicht verwenden. So wie ich das verstehe. Solange wir die den Panzer haben... Hey, irgendwann bleibt alles an dem scheiß Panzer gerade in der Luft hängen. Okay, das war glaube ich ein Bug. Ey, die hat's voll auf mich abgesehen, gell? Die Alte. Mit ihrem scheiß Eis-Schild. Bautz, da ist er weg. Das war ein Kopfschuss. Alter, aber die spielen jetzt schon echt taktisch etwas besser. Da muss man sich schon echt ein bisschen mehr konzentrieren dürfen. Double kill. Ich hab jetzt gar nicht drauf achten können. Ich bin gerade so konzentriert. Ich will die Runde unbedingt noch gewinnen. Das... Das... Es fesselt gerade. Es fesselt gerade so richtig. Also so irgendwie... Schon fast wie League of Legends, muss ich sagen. Äh, wenn ich... Wenn ich wirklich im Ranked bin. So in der Art fühle ich mich gerade hier. Weil ich einfach wirklich kämpfe darum, dass das Team vorwärts kommt, ne? Also das... Ist echt gut... Krass umgesetzt. Also... Du versuchst hier wirklich alles zu geben. Alter. Du kommst mir nicht so näher hier. Geh mal schön zurück. Ja. So, jetzt rauchen wir mal ordentlich. Alter. Quadra kill. Scheiß die Wand an. Wir kämpfen ums Überleben hier. Das schaffen sie nicht. Nein. Diesmal schaffen sie es nicht. Alter. Haben wir... War das geil? War das geil mal eben ein Quadra kill hingelegt? Ist das fett, ey. So, jetzt steht es 2-2, ey. Das wird richtig eng, gell. Wir müssen... Wir müssen hier jetzt einfach mal gewinnen und den Panzer durchbringen. Dann haben wir das Ding durch. Können wir das Ding nochmal upgraden? Wir brauchen 1.200. 1.062 haben wir. Dann nehmen wir... Die beiden dazu. Ich weiß zwar nicht wirklich, was ich gekauft habe, aber einfach mal ein bisschen Leben und ein bisschen Cooler Reduction. In der Hoffnung, dass uns das ein bisschen vorwärts bringt. So, und dann lass uns mal ordentlich abrocken jetzt hier. Komm. Wir packen das. Wir hauen die jetzt alle weg. Bauts. Alter, 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 alter. Vorsicht, die machen Schaden. Komm, Leute. Wir dürfen den First Fight jetzt nicht verlieren. Alter. Bauts. Wow. Nein, der hat uns weggenatzt. Der hat uns weggenatzt, der Drecksack. Der ist hinter uns aufgetaucht irgendwie. Da sieht man es. Boah, wie er halt die Ulti zündet, um uns zu töten. Ja. Alter, er ist ja gar nicht wahnsinnig, der Vogel. Aber okay. Ich meine, wenn sie uns nicht anders wegkriegen, was sollen wir machen? Wir rocken halt gerade richtig. Ich meine, ey, keine Ahnung, ob das jetzt hier gut ist oder scheiße ist, was ich hier abziehe. Aber immerhin, es läuft für uns. So, wir haben schon wieder einen Kill. Läuft. Jetzt bin ich gespannt. Zwei Mal kommst du mit der Taktik hier nicht durch, Kollege. So. Ah. Ich glaube, ich verstehe so langsam die Ulti. Wir sehen jetzt, glaube ich, wo die Gegner sind. Auch hinter Wänden, wenn wir hier alles. Das ist so eine Art Wallhack, die Ulti, oder so. Allerdings, ob wir da jetzt dadurch treffen, wenn wir einfach in den Himmel schießen, weiß ich jetzt nicht. Aber das hat man nachladen nebenbei. Ich höre schon wieder irgendwo. Aha. So. Wir haben eingenommen. Der Panzer ist da. Also ein Punkt ist uns sicher. Jetzt müssen wir das Ding nur noch durchbringen. Komm. Alter, haben wir das Ding jetzt umgeschmissen? Was geht denn ab? So, wir rennen mal hier hoch. Weil da haben wir echt von hinten, glaube ich, die beste Chance, irgendwen wegzunatzen. Wow. Da haben wir eins auf die Mütze bekommen. Aber wir leben noch relativ gut. Oh, oh. Das sind ein bisschen viele. Alter, wir rocken wieder durch, gell? Oh, das war geil. Das war richtig geil gerade. Ja, Freundin, du triffst da nicht. Nice. Einfach nur nice. Alter, das könnte... Boah, shit. Ey, das ist aber echt... Das ist nifflig, den Panzer da durchzukriegen. Ist echt verdammt nifflig. Scheiß die Wand an. Aber wir müssen das hinkriegen. Komm, ich will die Runde jetzt gewinnen hier. Wir stehen 3-2 im Augenblick. Wir haben noch eine Minute Zeit, um den Panzer da durchzuschleuten. Das schaffen wir auf. Das packen wir jetzt mal. Wir kriegen das hin. Aber die Gegner sind auch stark im Augenblick, du. Meine Herren. Aber da sieht man erstmal das richtige Taktik-Gameplay dann. Wow, 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 wow. Wir weichen mal aus. Reifen die uns... Lol, hockt da einer links neben uns. Killcam! Oh Gott, es war aber auch mehr Lack, dass der uns erwischt hat. Aber finde ich geil. Finde ich geil, wirklich, dass ich feiere solche Situationen einfach. Das ist... Ja, sowas macht einfach so ein Game aus. So, wir müssen noch... Ein Viertel müssen wir noch schaffen. Komm, das packen wir doch, ey. Mit Verlängerung schaffen wir das, oder? Auf, auf, auf. Lass mich durch, lass mich durch, Mädels. Sieg! Wir haben gewonnen. Wir haben... Wir haben es geschafft. Ich weiß zwar nicht, wohin der Panzer fahren muss, damit wir gewinnen. Aber wir haben es gepackt. Die Runde ist gewonnen. Jetzt bin ich gespannt. Kriegen wir eine Kiste? Kriegen wir eine Kiste? Ey, und vor allem die Stats. Da bin ich jetzt echt drauf gespannt. Alter Schwede. Ah, erst wenn wir Level 5 erreichen, scheinbar bekommen wir wieder eine Kiste. Okay. Wir haben jetzt... Richtig, ordentlich Punkte gemacht. Eliminierungen. Ah! Eliminierungen sind unsere Kills, wenn ich das richtig verstehe, oder wie? Alter, da haben wir 60 Kills gemacht? Dein Ernst? Scheiß die Wand an. Ey, also... Scheiß die Wand an. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, ein Like. Und wenn ihr mögt, auch gerne ein Abo. Kostet euch nichts. Und dann verpasst ihr auch nichts mehr. Wir sehen uns im nächsten Game. Haut rein. Ciao. Ciao.